Fußball nichts zu tun. Hast du hinter dem Tor gestanden bei Tim Wiese? Hast du das gehört? Soll ich dir mal eines sagen? Wenn unsere Fans sowas machen, dann gehe ich da hin und hin und hin. Hast du das gehört? Wo hast du denn gestanden gerade? Hast du gehört, was sie gerufen haben? Was haben sie denn gerufen? Sie haben ihn auch beleidigt. Also ich glaube, wir müssen da, da dürfen wir auch glaube ich nicht so viel Gewicht reingeben. Es ist leider so, dass die Massen aufgehetzt werden. Es ist leider so. Also jetzt, wenn man sie aufhetzen lässt, dann ist es kein Problem. Also jetzt, liebe Zuschauer, ein Moderator soll auch beschwichtigen. Das geht auch aus der Wortschöpfung sozusagen hervor. Und jetzt kommen auch noch die Fans. Also es gibt noch, das nehme ich jetzt mit, einen Vermittlungsbedarf sozusagen zwischen Werner und Bayern München. Und eigentlich müsste sich das da aber doch regeln lassen.